Sabine Zimmermann ist unsere Naturfriseurin. Was ist der Unterschied zum Standardfriseur und was hat das Ganze mit Friedensarbeit und Beziehung zu tun? Wir üben ja alle. Was sagen denn deine Kunden so? Weil die erzählen dir ja bestimmt auch oftmals Teile aus ihrem Leben, wenn sie hier sitzen. Ja, genau. Da können wir nochmal an die Frage von vorher sitzen. Richtig, ne? Würdest du sagen, du hast deine Bestimmung gefunden? Das würde ich sagen. Ja, absolut. Ja, genau. Ja, absolut. 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 Ja, absolut.